Bounce What's get up guys? Willkommen Back zu einem neuen Clash of Lens Video Schön, dass ihr on seid Ich hab ja voriges Mal über den Update gesprochen und ich hab das Upgrade genau die geilsten aber bei anderen ist es ganz bei anderen ist es ganz normal aber bei Rathaus ist auch alles anders ist egal und ich wurde angegriffen Zwei Sterne rasiert Er setzt ein Riesen D m blut nachdenken das will so ein Statentip von mir jemand andere angriffen vielleicht will er die Elixir oder das Elixir und das äh keine Ahnung ich bin eh die Elixir weil es fast lass uns weitersehen Mann es ist immer so bei Rathaus bei Rathaus Revit 6 ach keine Ahnung wenn man eine Einheit von vielen Riesen einbaut dann muss man man muss sogar äh nicht ganz aber man muss ein Wut ein ein Heils Heels zauber haben sonst werden sonst werden die Riesen schnell sterben und wenn man ein Wutzauber hat dann beeilen sie sich bevor sie sterben aber Heilsauber ist besser und Wutzauber mein Babankönig ist tot scheiße da unten wird auch rasiert na da da werden sie alles schon bekommen da noch etwas habt ihr das gesehen wenn eine Bombe explodiert wird äh das ein so ein Kreis die die Zeit ich hoffe ihr versteht die Tesla ist passiert ein bisschen der nimmt den Rathaus und tut er lebt sie 4 ne das ist du bist da den Markt zu verliehen sich ich hab sie auch aus Papi er verpässt 3 8 4 start und war ein könig level 3 schon gesehen dort 9 11 Stort 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 L1 so nicht selber Stort eigentlich ist es ist ein es sind guter Führer zu Sieben nur was wie man hier sind wir jemand angreifen Ich glaube... So ist das. Noch etwas? Nein. Mit all den Stufen. Sag ich an der Tür. Fünf. Reicht. Ah, noch etwas. Ich... Ich hab gerade ein Ziel. Und zwar... Drachen. Sie kostet... Ich brauche noch 500.000. Elektion. Ich glaube, ich schaffe das. Da gehe ich... in 10.000 Jahren nicht rein. Der hat... Schau doch, das hat... Null. Nur die... Elexionshandler haben... Und das hat er. Null. Was hat der Typ? Sehr wenig, Bruder. Sehr viel... Und das ist aber... Ich will... Elexie. 10.000 in deine Träume geht. Nein. Ich habe ja nur die Bodys genommen, weil sie... Weil sie weit weg schießen können. Aber die Baban... Aber die Baban... Sie müssen... Sie müssen... Das Ding führen. Aber egal. Ich kann nicht... Von daher... Unz. Ich bin... Ich bin... Ich bin... ich bin... Und... Ich bin... "... dadurch... Ich bin... ... nix... Bruder... und da sind wir wieder und wir haben 100 und das ist ich glaube das schaffen sie das mit dem Meerwerf ist beschäftigt bei Upgrade das glaube das schaffen wird drei Wurzl in Kampel Leute habt ihr das gesehen Test und den Schatten so was sie tun die Beband das hat sich da und der ersten gut zu und die 3 es sollte ein gehen auch gut dann alle aus der Band es ist ich glaube wir bekommen 3 Stern Brüder Körscher und und wo die Sinterkontrolle es ist nur peilig für den Bobbantin so viele Brüder ist und er ist der einzige Mann schade wenigsten das Wittling ja soll man jemand besuchen ich habe hier ein bro ein youtuber und zwar den youtube 12 ziemlich stark ich glaube das war das war es für heute wir sehen uns wieder wenn es heißt macht klatschof clans runde wie akasha das habe ich von eda